Tarkov hatte Wipe und mit dem Wipe kam eine neue Quest ins Spiel. Man kann jetzt von Map zu Map travelen. Insgesamt gibt es 10 Stück. Für diese Quest muss man ohne zu extracten über 9 der 10 Maps kommen. Das ist der Marathon. Los geht's auf der neuesten Map. Ground Zero. Wir müssen uns aber einigen, dass wir alle die Fresse halten. Also wirklich, wir müssen uns... Ja, Schalke geht vorher auf Ground Zero. Okay, also wir sollten wirklich die Call, ein bisschen die Coms clear halten, okay? Ja, ja. Ich will nur nicht als Erster sterben, alles andere ist mir egal. Deswegen geht Simi vor. Das hat sonst auch noch nie geholfen. Ich will nur bis zum Ende durchkommen. Also hat einer einen blauen Laser? Ja. Ist die Frage, wollen wir hier ein bisschen kurz sitzen und hoffen, dass einer cross, dass wir ein Team schon mal rauspicken können hier, wenn sie über die Straße flitzen oder so? Du bist der Ground Zero Kommandeur. Ich weiß halt nicht, wie safe wir spielen wollen, weißt? So, dass wir überleben. Relativ safe spielen, aber auch... Also ich würde jetzt nicht 20 Minuten auf der Map warten. Ich würde schon... Nee, das nicht. Also hier crossen doch gleich die ersten... Ja, 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 das ist halt Hotspot. Da kommt wer von hinten. Ja. M60 ready machen. Gut. War ein gutes Gap. Wollen wir weiter? Ja. Zwei Minuten, das passt. Auf geht's, ab geht's. Mach hinter uns zu. Wir müssen hier runter und dann durch die nächste Tür unten. Oh Leute, ist das krank gerade, oder? Ja, ist wie gut. Ich bin auch zu viert. Ich habe echt Angst, dass ich heute nochmal... Ja, ja. Das wird Audio-Technik, das wird... Also im Fight können wir auf Audio im Grunde scheißen. Okay, da ist wild, da müssen wir links oben das Plateau beobachten. Also wenn da... Ja, habe ich gerade schon gepiekt, da ist nichts gewesen. Lass hier rausrennen und links ins Treppenhaus erstmal, oder? Ja, ich bleib hier, ich bleib hier. Ihr hoch, ich bleib unten. Alter, die Knarre ist so wild. Ich bin unten geblieben, gell? Ich sag's nochmal. Ich auch. Ich stehe unten an der Treppe und halte die ihr kleert oben. Da könnten sie liegen, ne? Achtung, das ist sehr beliebter Stiperspot da oben generell. Also ich gehe runter und kann dann F drücken für ein Menü, oder? Ja, wir müssen aber alle gleichzeitig, weil sonst geht's nicht. Ich heil noch. Ja, ja. Weil wenn der Timer abgelaufen ist und nicht alle dort sind, dann steht Gruppe ist nicht vollständig und dann bricht's ab. Also bleibt mir noch versteckt, ich baue noch ganz kurz. Sonst wäre ja wild, wäre jeder hier. Habe ich. Scaf. Okay, ich habe abgegeben, 28 Sekunden. 26, 25. Also kann auch einer starten und die anderen nachkommen, oder wie? Ja, aber es müssen alle da sein. Sonst bricht's ab, wenn die Zeit abgelaufen ist. Okay, bei mir sind jetzt vier Leute. Also es kann nicht sein, dass nur drei weitergehen und einer hier bleibt. Das geht nicht. Echt nicht? Nee. Dann bricht's einfach ab und sagt, Gruppe ist nicht vollständig oder irgend sowas. Außer es ist einer tot, oder? Ja, dann schon. Ja, klar. Dann schon, dann schon. Hoffe ich. Das wäre doof, finde ich. Ja. Nice. TG's. Erste Map geschafft. Nummer 1 von 9. Check. Und als nächstes müssen wir durch die Streets of Tarkov. Eine der gefährlichsten und größten Maps im gesamten Spiel. Das Ding auf Streets ist, hier sind die Spieler-Scuffs extrem early. Ich mach euch die Tür auf. Kein Combat-Engage, Leute. Wir müssen nur Combat-Engage, wenn's sein muss. Und hier von der Seitenstraße kann auch krass einer kommen, genau wo du hin aimst. Ist er da drin, alle? Ja, kommst rein, kommst rein. Ja, wir müssen hoch, oder? Ja, da können wir jetzt ein bisschen tozieren und looten. Hier sollte chillig sein, jetzt. Ja, hier ist überall zwischen dem Sitz rein, Puste, liegt hier Ammo. Musst mal gucken. Sollte schmolte, sag ich immer. Mach mir den Busch ab, oder was? Ja, hilft ja nix, ja. Hilft ja nix. Link kann doch was sein, oder? Du sagst es nicht. Da ist Verbot, das zu sagen in diesem... Okay. Weil immer, wenn er das sagt, geh mal down. Kein Witz. Okay, aber hilft ja nix. Ja, ist wirklich so. Er sagt das und dann ist der Mann und dann... aus allen Richtungen. Jedes Mal. Ich schwör's. Ich hab das Gefühl, der macht sich über mich lustig immer hier. Was rechts, Tobi? Nee, das mach ich nie. Was rechts? Ich meine, ich hab da gar nicht die Scaff-Bubble gehört. Ja, Scaffs können hier viele sein am Platz. Okay, unser nächstes Ziel ist da drüben, diese kleine Einbuchtung da, wo ich mit dem Laser bin. Okay, ich schmeiß die Sniper jetzt weg und guck, ob das dann geht. Lex, wir kuscheln uns jetzt zu viert hier hin. Ja, es hilft. Du hast Verbot, du hast Verbot. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Wenn ich noch einen höre. Okay, bin ready. Lass mal Lex gucken, dem vertraue ich. Du meinst, er stirbt denn als erstes, oder? So kann man es auch artikulieren. Ich bin die Nachwut. Ich hol den Fight noch, wenn ihr schon down seid. Müssen wir links oder rechts rum? Äh, ich würde links rum. Links und rum durchs Tor, ganz entspannt. Durch die Halle durch. Also neben der Halle vorbei, besser gesagt. Leute, sind wir krass grad, oder nicht? Vor allem zu viert. Ich hasse es eigentlich zu viert, ne? Aber grad ist irgendwie wild. Aber so ist grad geil. Grad ist ein Vibe, ja. Ich hab relativ wenig Essen. Das macht nix, macht nix, Puste. Ist nicht so schlimm, wenn du verhungerst. Find ich jetzt schon. Das macht uns nix. Ja, für dich ist natürlich, für uns macht das nix grad. So, wir müssen noch links um die Ecke, oder? Genau, und dann die Straße entlang, bis zum Ende. Jetzt sitzen wir hier zu viert, das ist so geisteskrank. Das ist übelst der Vibe, finde ich. Und dann so militärmäßig, so, oh, ich guck nach hinten und ihr guckt nach vorne, okay? Und stoppen, und stoppen. Dann macht der erste so die Hand hoch, alle hocken sich so hin. Ja, die Faust hoch, ja. Warte, kann man den Emote hier machen? Ja, wie geht das? Kann man, doppel Y. Bitte drück, bitte drück, keine Tasten, die du nicht aufdrückst. Nein, 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 Emotes kann ich, Emotes kann ich, das hab ich geübt. Bitte drück keine Tasten, die du nicht aufdrückst. Großartig, und damit schönen guten Abend. Hi, Magic. Ja, da vertraut dir einer nicht, glaube ich. Streets abgeschlossen, Baby! Auch hier sind wir gut durch die Map geflutscht. Allerdings war das erst die zweite Map, und Spielerkontakt wird ziemlich unausweichlich. Das ist jetzt eine Map, wo wir sicher vorm Timer dort sind, wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht genau auf der anderen Seite spawnen. I hope so, Lexi. Am liebsten wäre ich gleich auf der Autobahn. Und wir sind genau auf der anderen Seite der Map gespawnt. Und sind wir? Oben rechts, oder? Wir sind rechts oben, genau, und wir gehen jetzt, lass mich kurz denken, hinten vorbei, seitlich runter, okay. Boah, bin ich schwuppig? Seid ihr auch so schwuppig? Ja, ein bisschen. Weißt du nicht, was schwuppig heißt, aber ich glaube, ich bin's. Wir haben hier die Richtung, die wir gehen, haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spawns. Zehn Spieler Spawns auf dem Weg. Geil. Nee, schön, danke, mega motiviert, ja. Ja. Darf es bei uns eine M4, eine Laute? Ja. Ein Schießgerät. Das klingt auch nach draußen auf der Straße. Ja. Oh, darf ich den wegmachen? Wir sollten auf jeden Fall schnell hier an der Straße, an der Dings auch entlang. Ja, bis wir hier beim Container wieder in Deckung sind. Ich hätte schon gerne meinen ersten M60-Kill. Ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Mach mal ruhig, Leute, mach mal ruhig. Jetzt nicht, jetzt nicht, wir müssen noch, wir müssen noch durch acht Maps, Jungs. Wir müssen nicht in der zweiten schon, weißt? Links rum? Also ich will eher quer durch einmal laufen. Sag nicht, da hinten ist dieser Wagen mit dem Zelt. Da ist der Wagen mit dem Zelt, wo man oben und unten aber liegen kann. Ja, okay, dann kenne ich wenigstens die Spots, wo die Wichser hocken können. Man erkennt mich auch am MG, wenn nämlich, oh, da hinten. Dann, ähm, rechts am Zaun, zwei Spieler. Wo? Am blauen. Ja, am blauen Zaun, ganz rechts, kurz vorm Wald. Hat der Sniper. Das sind wir, das sind wir. Das sind wir. Warum seid ihr denn so weit weg? What the fuck? Nein, das seid ihr doch nicht. Doch, du hast gerade auf mich geschossen. Warum seid ihr denn so weit weg? Hinter dem Busch, hinter dem Busch. Warum geht ihr denn noch über die Straße? Pluff, hast du das gecheckt? Nein, das war wir denn doch. Warum sollte man da über die Straße gehen? Wie dumm seid ihr, hä? Das meinst du mit mittendurch? Ich dachte, durch den Wald. Ich hab nur nicht gecheckt, warum ihr auch aus der Richtung kamt hier. Also ihr seid ja nicht mal in die Richtung, die wir jetzt gehen, gelaufen, sondern auf uns zu. An der Stelle musste ich einfach dankbar sein, dass meine Waffe noch auf 50 Meter geserot war. Denn sonst wäre das ein Teamkill gewesen. So langsam offenbarte sich uns nur ein weiteres Problem. Wir hatten zwar genug Essen und Trinken mitgenommen, aber unsere Vorräte neigten sich so langsam dem Ende. Ich brauch Essen und Trinken. Hast du ja was mitgenommen, oder? Doch, ich hatte beides mit. Auch sogar schon gefunden. Ich hab noch 60 Durst, 33 Eaten. Ja, und du hast nix mehr, oder was? Ja. Guck mal. Also, was ist denn die nächste Map Customs, oder? Da müssen wir ein bisschen langsamer spielen, oder? Ja. Oh, Customs hab ich sogar noch ne Quest, glaube ich. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir... Die machen wir nicht. Die machen wir nicht. Das ist krank jetzt, dass wir jetzt hier durchgehen, um für dich ne Quest auf Customs zu machen. Auf dem Rest des Weges ist nichts mehr passiert. Wir haben keine Schüsse mehr gehört und auch niemanden gesehen. Ein paar der schlimmsten Maps haben wir bereits hinter uns. Und unser nächstes Ziel ist Customs. Und wie es der Zufall will, ist das Lexis und meine Main-App. Hier sind zwei. Scheiß, einer. Fuck. Ja! So, Fokus. Bitte Old Guess, bitte Old Guess. Also, Old Guess. Bitte Old Guess. Ja, wir gehen auch nicht, Crackers, oder? Damit wir ein bisschen erheaden. Würde ich noch nicht. Ich würde durchziehen. Ich würde durchziehen, dass wir ganz schnell bei den Schienen sind. Wieso ist denn hier die Zufall offen? Die Spawned offen. Die ist immer offen. Okay. Wenn uns jetzt einer sieht und an einem MG sitzt, der hat den Spaß seines Lebens. Der hat den Tag seiner Woche geisteskrank. Der hat, glaube ich, den Tag seiner Woche geisteskrank. So, hast du Damp-Pause, oder? Ja. So, ab hier kann jetzt Kontakt sein. Wenn die anderen hierher gelaufen sind, jetzt wird's wild. Das ist so heftig alles. Das ist so heftig. Wir könnten jetzt entweder hier chillen oder wir gehen rein. Ich würde fast reingehen. Ja, rein. Dann sind wir schon mal safe, oder? Ja, dann müssen wir die Brücke halt ab, ab, ab. Wo müssen wir denn genau raus? An das Tor rechts hier. Hier ist rechts ein Tor. Beim Scaf Ex-Tor. Genau. Aber ist die Frage, hauen wir uns ins letzte Eck, oder halten wir die? Ich halte die Brücke, glaube ich. Es ist fast smarter, aktiv zu halten, als sich einfach nur ins letzte Eck zu hoffen, oder? Ja, ich suche auch eine Brücke. Ich habe Angst, dass dann ein Sniper auf mein Gesicht schießt, während den ich nicht wahrnehme. Also wir müssen hier ans rote Tor, oder? Ja. Also ich habe hier die Brücke oben, ich müsste nur von links bei mir aufpassen. Wenn ihr den Durchgang haltet, wo wir durch sind und weiter rechts davon den Dings, die Schienen oben. Ich habe den Durchgang. Ich halte beides mit. Ich mache Brücke mit. Dann gehe ich an den blauen Zaun und halte die Schienen, oder wie? Ja. Und ich aime die Schienen da oben so ein bisschen und die Brücke. Ich überlege, ob ich einmal kurz reingehe und gucke, ob da Essen noch ist für uns. Ja, mach mal ruhig fürs Team, oder? Ja, auch. Geh mal, ja. Ja, ne. Hier liegt aber ein Ding in den Smack. Leider nix, Männer. Leider nix. Äh, es ist einer unten bei der Brücke. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es Gav. Schaumdrehen. Irgendwas läuft da bei dem Durchgang. Hab ihn. War, glaube ich, PMC. Ich bin Busch, ich bin Busch. Okay. Ich mache einen schnellen Lutsch. Ja. G.S.S.H., oh mein Gott, was ein armer Stupi, Level 4. Der wurde so ausgelöscht. Ja. Wir hatten Flash Drive, oh mein Gott. Zwei fehlen noch, wir sind nur zwei Leute bisher im Exit. Ich bin drin. Drei. Drei, ja. Vier ist, weiß. Ja, ja. Und mit nur einer Spielerbegegnung und sogar einem sehr guten Quest-Item-Fund haben wir Customs jetzt auch abgeschlossen. Als nächstes geht es in die Factory. Die kleinste Map in Tarkov. Ein klaustrophobisches Industriegelände. Das wird trotzdem krass jetzt, weil Factory ist ein Gamble. Los. Es geht zu schnell los für meinen Geschwack. Es geht los, ja. Holy shit. Kommt mit, kommt mit. Los, 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 los. Ich bin hinter Lex. Ja, wir sind alle hinter Lex. Ich bin hinter Flopo. Alter, kalt ist hier alles. So, das ist das Fenster. Pass auf, dass da keiner draußen ist, weil da war ein Spawn. Peek mal einer von euch. Ich habe eine MP. Ich will da nicht raus. Okay, ich peek. Siehst du jemanden? Ich sehe hier nix. Ich sehe nix. Halten wir jetzt einfach das Fenster oder wie ist das da? Nee, nee, aber von draußen. Also von hier. Achso. Skuff. Man kann noch, warte. Hier kommst du noch rein, Sharks. Ich gehe raus. Dann kannst du aufbrechen. Okay, hier ist der Transit bei dem Ding. Ja, aber Leute, wir müssen doch eh noch sieben Minuten warten. Ja. Ja, aber hier draußen ist doch leichter. Hier haben wir doch die Möglichkeit für Essen oder nicht? Ja, dann kannst du ja Factory looten. Nein, aber hier liegen doch tausend Leute rum. Hier liegen doch tausend Leute rum. Huste, komm einfach raus. Ich komme gleich raus. Ich bin nur so ein Stroh, Dresdemein. BZPFMJ, das ist unsere Muni. Ist jemand drin? Hier ist jemand drin? Ich komme raus. Hab Angst. Ja, lass uns einfach hier draußen halten. Brunse, du bist geisteskrank. Geisteskrank bist du. Ich habe hier Factory looten. Gerade, dass du nicht auf Interchange sagst, hey, gehen wir nicht kurz rein in den Gursch. Ja, ja. Das ist geil. Badezimmer? Badezimmer. Du hältst Badezimmer, ne? Ich halte Badezimmer, ja. Okay. Leute, im Badezimmer ist Bewegung. Ja. Ja, ich sehe eine Waffe. Aber ich glaube, das ist ein Scaff, der da drin ist. Ja, ja, ja. Ich sehe aber eine Waffe rausschauen. Ich liege einfach da. Ja, ich bin hier halt mitten auf dem Platz, ganz offen. Sehr gut, Fluffy. Sehr gut. Super Position, Super Position. Und ich brote hier einfach. Jawohl. Lexi, das habe ich von dir gelernt. So geil. Und als nächstes kommt der Wald. Wir machen über Attachment-Häuschen Ufer entlang Sharks, oder was meinst du? Vermutlich das Beste. Es ist zwar offen, aber trotzdem glaube ich, das ist das Beste. Wir machen das halt ab. Lexi wird zwei. Vielleicht machen wir es sogar mit Nachzüglern, dass einer von uns beiden zurückbleibt und den Hälften vom Weg covert und dann erst nachkommt oder sowas. Weißt du? Mhm. Ich habe auf Wurz leider keine Ahnung, wo die Leute spawnen können, ne? Im Wald. Traum wir weiter, oder? Meistens im Wald. Wuste fix. Danke dir. Danke dir. Danke dir. So, links von uns könnten doch gleich schon welche sein, oder? Bei Attachment. Ich schlitte gerne im Wuste fix. Ist das geil. Das war ja nicht mal verarschend. Also, das war ja die Wahrheit. Die scheiß Map heißt Wurz. Klar spawnen die im Wald. So, an die Snipergruppe guckt ihr nach rechts? Ja, ich scanne die ganze Zeit immer die rechte andere Uferseite. Da müssen wir auch hin, Leute. Wir müssen genau dorthin. Und wir gehen jetzt einmal über Ufer lang. Der war so weg. Warte mal, bleib mal stehen. Ober uns. Ja. Echt? Ist aber ein Scaff, oder? Ja, ja, safe. Mit Vollbremsung. Moment, ich mache nicht. Achtung. Ja, okay. Okay, ich rotiere ein Stück weiter. Scaff. Super, Nathlexis. Sag nächstes Mal ein bisschen eher Bescheid, dann werfe ich nur eine Flash. Die ist nicht ganz so laut. Ich habe für sowas extra Flashes mitgenommen. Guckt einer nach dem Scaff? Nee. Nee. Der ins gleiche in den Rücken schießt. Mach der nicht. Der schießt nur den letzten deinen Rücken. Der bin ich gerade nicht. Ich habe dicker. Ich habe sehr klar Helmung. Ich glaube das nicht. Ich muss mich verarzen, Leute. Alter, ich dachte, du bist froh. Wie habe ich mir denn da reingebrochen? Wie geht das? Lass mal einen zurück. Lass mal einen zurück, Leute. Wir müssen weiter. Flufo, du bist... Wir können nicht. Wir können nicht. Wir können nicht. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Nee, Flufo. So, Leute, rechts. Essen, trinken, gucken. Oh, am Auto, ne? Ja. Flufo, 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 Flufo. Du bist in Stau aufgeworfen. Zum Glück haben wir eben Flufo mit. Geil. Ist nix, da. Liegt aber nix, oder? Verdammt, das heiße. Hier war schon einer verdammt, das heiße. Nee, kann auch einfach leer sein. Ich heile mich ein bisschen. Gehen wir jetzt rechts am Rand lang, oder? Ich laufe hier. Ja, so quer, so halb, halb, halb. Oh, oh. Eure Granate? Oh, oh. Nee. Wir brauchen Partisanen. Hinter uns. Irgendwo im Wald. Ich habe kein Heats. Was hast du? Heats, ich bin getroffen. Scheiße. Aber ich weiß nicht von wo, ich weiß nicht von wo. Ich auch nicht. Ich lege mich hinterm Busch. Zieht euch keinen Keller rein. Ihr verdursten dann zwar, aber ich glaube, das ist es wert. Wie ihr alle hinter dem einen Busch seid. So funktioniert das nicht, Leute. Der musste nur in den Busch halten. Ich baite, ich baite. Ich laufe höher. Ja, aber hier ist kein anderer Busch, bro. Such dir einen einen Busch, heee. Schüsse auf mich. Magen geht. Magen tot. Ich gehe hinterm Stein und heile. Es ist auf jeden Fall kein Partisan, der wäre feil gedämpft. Okay, heile dich. Wie viele Maps haben wir denn jetzt noch? Lighthouse und Shoreline. Alter Leute, auf dem offenen Feld wurde uns in den Rücken gesemmelt. Da sind wir also. Dieser Run war unser erster Versuch. Um ehrlich zu sein, hätten wir nicht damit gerechnet, dass wir bis Reserved durchkommen. Doch jetzt waren wir da. Und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber hier ist eine Endstation. Habt ihr auch schwitzige Hände? Ja. Ne, das noch nicht, aber... Doch, ich habe immer schwitzige Hände. What the fuck ist das, bitte? Hier bin ich noch nie gespawnt. Bin ich ganz ehrlich. Ich troppe Wasser und nisch, klar? Wir sind bei der Queen. Wir sind am Dingensplatz, ne? Mach mal Hälfte, Hälfte, Puste. Was? Das Wasser. Wenn du magst. Ich bin jetzt wieder auf 50, ich glaube, das ist okay. Ich nehme nochmal 5, okay? Ja, mach. Und dann ab, warte. Rechtsrum, raus, nach hinten. So, wir sind jetzt. Wir gehen in Sharksees Lieblingsgang, aber ich habe eine gute Route, ich habe eine gute Route. Oh, Lexi, nee. Kneift es euch gerade? Doch, 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 doch. Aus dem Turm? Ich bin down. Nein. Bein weg, Bein weg, Bein weg. Ich bin tot. Der ist von oben auf dem Hügel, auf dem Dome. Auf dem Dome. Nee, unterm Dome. Ja, 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 ja. Da ist ein Baum, links da unten. Ich verblute. Ich verblute. Ich bin nur noch, ich bin nur noch Dings. Ich bin nur noch ein Spast, ein Arsch. So, und jetzt? Mach mir die Tür auf, mach mir die Tür auf. Ich muss rein. Ich muss in Sicherheit. Ich brauche jetzt ganz, ganz lange. Ich brauche ganz, ganz lange jetzt. Die Nacht, die Nacht, die Nacht, Busti. Ich brauche extrem lange. Oh mein Gott. Ist gut. Scheiße, Flufo. Hat er dich echt gewone-tabt, die Drecksau? Ja, one-tab direkt in den Kopf. Wir hätten pre-wenden sollen. Das war super knapp. Das ist ein richtiger Chat. 2.100 Stunden, alle Erfolge nur. Player mit 0,1% haben das geschafft. Alter, dann nadet der uns hier gleich weg. Der pusht schon, der pusht schon, sage ich. Warum haben wir diese Runde einen da sitzen, Lexi? Ich habe sogar hochgeguckt. Ich habe keinen gesehen. Ich habe hochgeguckt. Doch, das war rechts unterhalb in den Felsen, war der. Ja, da an so einem Baum. Braust du irgendwas? Nein, nein, nein. Ich habe einen Grizzly dabei, deswegen frage ich. Ich habe auch noch ganz viel Stuff in meinem Rucksack, wenn ihr wollt. Ja, ich glaube nicht. Das tut mir übel leid gerade. Wie sollen wir da wegkommen? Ja, wir laufen da jetzt nach links weiter und da gibt es so eine, das ist Simis Lieblingsstelle zwischen den Mauern. Und dann sind wir eigentlich schon beim grünen Gelände und hoffentlich sicher. Das Ding ist, eigentlich müssten wir pre-metten, wenn wir hier rausreden, aber das können wir uns nicht leisten. Nein, ich habe kein Trinken mehr und das kann ich mir nicht erlauben. Mit Vaseline Wasser? Ja. Ich laufe hinter dir her. So, hier sind wir vom Dome sicher. Das ist trotzdem krank jetzt, Leute. Das ist trotzdem krank. Wollen wir nicht weiter links? Oh mein Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Der Dome kann uns hier so sehen. Ich sage gerade links, bricht sich die Beine. Ja, ja, ich auch. Würde er niemals tun. Ne, macht er nicht. Ich glaube, da lag was zuerst in Formen, Bunker auf dem Boden, aber da wollte ich mich jetzt nicht mehr für bücken. Hier ist der Panzer. Ich schaue da kurz. Ich habe auch geguckt. Ich schaue kurz. Ich laufe. Okay. Ne, ist nix. Ist nix. Ist nix. Weiter. Das war kein erster Simon, das ist nur Farbe. Ich habe auch gehockt. Ah, okay. Jetzt hier und dann, okay, jetzt rennen wir eh schon zum Transit. Der nächste Sprint ist der Finale. Ja, dann machen wir das. Man ist das, da fiebert man richtig mit? Ja, ist geil. Ich hoffe. Was sagt mein Chat? Lieber das mit oder sagt das voll scheiße gerade? Voll doof. Und Flos, wir können. Mein Chat. Mein Chat sagt, Flos ist ungefallen wie eine faule Tomate. Der arme Flos, ey. Ja, es tut mir richtig weh. Aber wir haben es ja auch noch nicht geschafft. Das ist jetzt nicht so, dass... Vielleicht geht einer von uns auch noch down. Aber es ist dann, wie es ist. Da kann man nix machen. Ich brauche ein Loch im Zaun. Ich brauche ein Loch. Ich brauche ein Loch. Oh, ein Schuss auf mich. Kommt rum. Kommt hinter der Hügel. Kommt hinter der Hügel. Nicht durch den Zaun. Da sieht ihr euch doch die ganze Zeit. Ist da hinten bei dir irgendwo safe? Ne, leider noch nicht. Hinter dem Hügel sind wir gerade hier am safe. Ich habe die Transitzone. Die ist... Ah, wir haben hier einen Busch. Wir haben hier einen Busch. Wenn ihr genau zu mir kommt, soll ich schon aktivieren? Nein, nein, nein. Ich brauche noch. Ich brauche noch. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Genau zu mir legen. Genau zu mir legen. Am besten vor mich oder neben mich. Wir haben mal einen schönen kleinen Busch. Ich aktiviere, Schatz. Vor uns, vor uns. Vor uns, vor uns. Genau. Ja, genau so. Genau so. Alter, jeder Skep, der mich da hinten will, der wird sich so freuen, ne? Der arme Fluffo. Aber ich muss sagen, ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass es sein könnte, dass wir eventuell fürs Team einen zurücklassen müssen. Ja, ist auch voll fein für mich. Es war der Fluffo. Auf unserer Reise durch die Maps haben wir einen Mann verloren. Vor uns liegen noch zwei Maps. White House und Shoreline. Unser aktuell größtes Problem, Pustefix und ich, sind am Verdursten. Wird es auch dunkel, kann es sein? Ja. Oh, shit. Wir haben halt alle kein Essen und kein Trinken mehr, ne? Das könnte uns echt noch, äh... Vielleicht könnt ihr oben echt noch die Häuser lösen, oder? Da oben. Ach komm, Tag auf. Super, Volting, super. Super. Oh. Wie komm ich denn hier drüber? Wie komm ich denn hier drüber? Hilfe. Ich komm hier nicht drüber. Lettaste gedrückt halten. Wir müssen ihn zurücklassen, Dexi. Das ist wie wir es vereinbart hatten. Ich komm hier nicht drüber. Essen hab ich noch. Wasser wird kritisch. Puste bei dir genauso. Wir sind da gleich auf. Ja, vielleicht oben. Ich hab Angst vorm Hotel jetzt. Hotel hört sich auch nach Essen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Hotel hört sich auch nach Spiel an. Ja, das sag ich dir noch ehrlicher. Ja, das sag ich dir auch. Ganz, ganz ehrlich. Auch wenn ich kein Lightbox-Experte bin, das hab ich schon mitbekommen. Ich nur kurz anmerken, ich hab an meinem Gerät keine Tankenlampe dran. Same. Check. Geht's euch gut? Seid ihr noch da? Seid ihr glücklich? Geht's euch gut? 12 Duars. Geht mittel, geht mittel super. Boah, 12 Duars? 18. Wir müssen eigentlich was looten. Ja. Vor allem, weil auch noch eine Map kommt, ne? Ja. Wir gehen hier wie so ein Dreierpack. Wir sind solche Opfer irgendwie. Ich fühle mich wie ein Opfer grad. Aber ich glaube, das kann jeder verstehen, der an diesem Punkt in der Quest ist, dass man hier den kompletten Schleich hier macht, ne? Gibt's noch irgendein Haus, das wir looten können auf dem Weg? Ja. Ja, ja, gibt's. Wir haben da ein paar Häuser, aber... Soll ich mal eine Granate werfen zum Ablenken? Ich glaube nicht, ne. Ich hätte auch noch ein paar Oblische gehabt. Schwierig. Dich haben wir jetzt nicht gelootet, Flo. Das war uns... Das war uns... Wir haben uns die ersten nur ein Trinken gehabt. Ich wollte es nur mal erwähnen, ne? Das war uns, glaube ich, ein bisschen krass dann. Aber wir brauchen halt Essen, Trinken. Dann ist ein Haus looten oder ein Exit, oder? Ja, dann gehen ein Haus. Ich schau hier auf der Seite. Also merkt ihr meine Posi, wir treffen uns hier, wo ich bin. Boah, ich seh euch fast schon nicht mehr, ne? Technik loot. Ich komm zu dir, Lexi. Ja. Das Haus ist zu. Ja, leider. Rechts Steps, rechts hinterm Haus. Ich bin im Haus hier. Hat Flashlight angemacht. Oder Laser. Der ist ready, Lexi. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir die Arschkarte. Arsch offen. In welches Haus bist du, Puste? Links rum, oder? Gegenüber. Er sitzt da jetzt auch. Er ist stehen geblieben. Es sind mehrere, glaube ich. Die machen auch Marathon. Die machen, glaube ich, auch Marathon. Vielleicht lassen wir sie einfach. Ja, lass sie lassen. Frech doch mit denen. Yo, guys. If you do Marathon, just go out. We wait. We also do Marathon. Ich würde den politischen Weg gehen. Einer rennt leise, bitte. Scheiße, geht raus, bitte. Ich habe was zu trinken. Ja, geil, Puste. Mach mal Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hey, Hilfe, Hilfe. Du bist doch, wir sind doch Freunde. Hey, vergiss mich nicht. Bitte, vergiss mich nicht. Ja, aber wir müssen, chill mal. Ich muss erst mal. Ich komme halt gerade ganz schnell. Weiße. Jetzt haue ich rüber. Wegen Steps, rennst du? Puste, puste, puste. Nein, das bin nicht ich. Was? Stopp, nicht bewegen, hör auf sich. Ich bin ganz still. Ich bin ganz still. Lass den, lass den, lass den. Lol. Lol. Alter. Das hätte so schief gehen können. Ich schwöre, ich habe das Puste. Ich hätte nicht auf ihn geschossen. Das hätte Müll. Ich meine, hier ist ja gerade jemand anders lang gerannt. Ja. Wo ist der Hauseingang? Ja, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Puste. Hier müssen wir safe sein. Hier ist ein Malzbier. Da haben wir Malz. Oh, sogar gut. Das darf ich anders? Ja, ja, ich habe den Job schon. Gibt das überhaupt Trinken, das Malz? Ja. Okay. Ja. Boah. Ich wäre ready, ich sage, wir gehen los, wir ziehen, wir starten. Warte, warte, lass doch noch gucken, ob wir hier noch essen oder trinken finden. Ja. Schau, schnell. Wir sind gerade im, in der Position, wo wir es looten können. Ich sehe aber nichts mehr, Puste, Schmuste. Hier ist auch nichts und ich sehe halt auch nichts mehr. Also ich gehe jetzt wieder rüber zum Treffpunkt. Ja, ich bin da draußen, nicht auf mich schießen. Ich bin da. Im Treffpunkt. Puste, ich bin hinter dir, ne? Ich sehe leider gar nichts mehr. Bleib zusammen, bleib zusammen, komm zu mir. Du darfst nicht rennen, ja? Außer, oder sagst du doch besser? Doch, ich würde rennen, tatsächlich. Dass wir dann Schutz in den Bäumen haben. Ist der Typ da nicht noch vor euch irgendwo? Ja, der wird Extracted sein, vermute ich. Oh Gott, ich bin im Buschbleib. Und wir sehen hoffentlich, und er sieht hoffentlich auch nichts. Boah, ich sehe halt gar nichts, ne? Ich laufe gerade nur in einer Silhouette, in einem ganz kleinen roten Punkt von Lexis Rucksack nach. Stopp. Interact. Ja, ich hab's, ich bin drin. Ich muss planten, Leute. Habt ihr schon gestartet? Ja. 20 Sekunden. 30 Sekunden, alles gut. Bin drin. Nice. Bitte, Leute, Leute. Bro, Alter, was war das? Zwei hinterm Haus. Einer ist ein Meter an uns vorbeigerannt. Oh mein Gott, ich hab ein Black Screen. Ich, warte mal, Leute, können wir ganz kurz, können wir ganz kurz warten? Irgendwo zu einem Safe Place gehen, dann stelle ich mein Gamma bei Nvidia hoch. Können wir hier ins Haus? Oh mein Gott, wir haben einen geilen Spawn. Nee, wir warten nicht, ihr kommt mit. Wo bist du? Zuvor, sofort mitkommen. Äh, weiß ich nicht. Da, Ampel. Ich sehe nichts, ich hab ein Black Screen. Da, da, da. Siehst du mich? Hey, hey, warum macht ihr eine Kurve hier? Ihr hättet mich fast abgeholt. Weil der Wasser ist, weil der Wasser ist. Wollen wir hier warten? Weiß nicht, ist hier safe? Was ist hier, was ist hier, was ist hier? Innen, also nicht. In uns ist die Sumpfstadt, Sharks. Wo war das Auto geholt haben? Ja, aber warum liegen wir uns hier? Wir liegen hier im hohen Gras. Ja. Ja, aber warum? Dann geht er noch ein Stück weiter, da ist ein Busch. Dann kannst du halt hier sitzen. Ich gehe nur nach Gehör, ne? Ich sehe euch nicht. Ich würde auch sagen, ich sehe halt gar nichts bei mir. Das ist so krank. Die letzten anderthalb Stunden Marathon. Arbeiten wir auf diesen Moment hin. Letzte Map. Letzter X-Fact. Dann haben wir neun Maps überlebt. Back to back. Ich hab Partisan-Karma gekriegt. Oh shit, dann das hab ich... Alter, wenn ich jetzt deswegen stehe. Ich geh jetzt los, ich geh jetzt los. Ich geh mit, Lexi. Ich geh mit. Du kennst den Weg, Lexi. Du machst keinen Quatsch. Ja, ja. Einfach geradeaus und da hinter dem Berg links hoch. Ja, ich sehe halt nichts. Das meine ich. Neun Sekunden. Den X-Fact kenne ich auch. Sech Sekunden. Weiter geradeaus. Einfach. Jetzt müssten wir safe sein. Da hoch, oder? Puste. Ja, ja. Einfach hier über den Fluss. Dann sind wir drin. Ein Stück links. Bin im Exit. Bin im Exit. Bin im Exit. Ich geh zu Fans. Und wir haben es geschafft. Echt? Ja. Alter. Fick Weapon Case und so. Das ist halt crazy, ne? Es ist so... Sehr geil, ne? Alter, let's... 100.000 EP. Wie viel Level waren's? Oh... Zwei Level hab ich bekommen, glaub ich. Boah! Alter, wir haben das First-Try geschafft, Leute! GG's! Seid ihr dumme Wichser, ist das geil! Ist das geil, ihr blöden Wichser! Haltet die Fresse! Mit einem M60! Oh! Digga, das ist das krasseste, was ich in Taco 4 gemacht hab. Task abgeben. Ich glaub, das ist das krasseste, was du gerade machen kannst. Wir haben jede Map überlebt, Leute. 100.000 EP. 400.000 EP. Trader and Stars geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's so nötig, dieses Scheiß Case. Ich hab's so nötig, dieses Scheiß Case. Kann das nicht mehr verkaufen? Was ist das für ein Quatsch? Schade.